Sag einmal, wie geht's denn dir eigentlich? Ich meine, ich reiß mir da den Ohrschopf weg und du rennst einfach weg. Wenn der Christ zukommt und dir seid's halt da, dann kannst du dir vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? Könntest du dir einmal was sagen? Yes, move, ich hab ihn hergebracht. Heinz, du machst mich urfertig. Kannst mich bitte zufrieden lassen. Ich hab dich gesucht, der Trottl. Ich bin nicht da. Ja, das sicher auch. Ich hab nie drum gebeten, dass du mich suchen gehst. Ja, weil's der Baby bist. Das ist jetzt echt das Letzte. Alle miteinander. Ja, was ist, was stehst du denn heute so deppert? Was blieb's offen, ne? Was willst du jetzt hören, du Nuss? Die Cockroogie, das ist viel Kopie. Bis dann. Bis dann. Wie viel öffn ist das? Das gibt's nicht. Das sind die Medien. Nein, das weiß ich auch, aber du hast einen Dreier gehabt. Ja, eh. Eins, zwei, drei. Aber du bist nicht da gestanden. Sicher schon. Nein, du bist da gestanden. Eins, zwei, drei. Bist du teppert. Wenn du bescheuest. Sagt sie auch mal was? Das ist so ein Spiegel. Ich kann gern zurückspulen, wenn du willst. Lass mich weg, du bist mir. Doch, das interessiert mich jetzt. Ich würde sagen, das klärt die Sache. Das gibt's. Also, der hat recht gehabt. Ja. Na, sag. Geht's jetzt da rum? Ja, du hast damit angefangen. Geh bitte, jetzt dazweiter. Alles zurück und da rum. Was ist, du kannst aufhören damit? Fangen wir die Realität ein mit meiner Kamera. Im Heimsein Aktion war's der Haufrohr drüber. Aber das ist der Pinienärztin nichts geholfen, oder? Ich bin ein Realist, Mädel. Lassau. Geil. Voll der Sturm. Hoffentlich kommt noch so ein. Gibt's hier einen Blitzerbleiter? Blitzerbleiter gibt's da kaum. Scheiße, gerade wenn ich am Gewinnen bin. Da? Danke. Vielleicht machen wir nur die Sicherungen. Schau mal runter. Bei deinen Sicherungen hilft das nichts. Die holt doch die Kursch. Was ist? Nichts. Genauso wenig wie mit dir. Ja, was sollt's sein? Lass mich durch. Bei dir würde mir schon einfallen, was sein könnte. Ach so, und was? Na ja, schwanger solltest's sein, zum Beispiel. Ja, und? Na ja, ich mein, wenn der Chris nichts davon erfahren soll, meine Verschwiegenheit kannst du schon erkaufen. So bin ich nicht. Und wie? Willst du ficken, oder was? Nein, weißt du, ich hab eher an Blasen gedacht, damit du nicht nochmal schwanger wirst. Du bist ja krank. Du hast mich nicht verstanden, Schaki. Wir sind ja nicht auf dem Bazar. Handeln spielts nicht. Vergiss es, lass mich durch. Ich hoffe, ich muss nicht brutal werden. Mit dem Peter treibst du es doch auf. Was treibst du denn mit dem Peter? So nicht, Schaki. Ich hab Informationen, die du sicher nicht gerne ausgeplaudert hättest. Also, was geht, Mädel? Und? Wo hättest du es gern? Gleich da jetzt? Jetzt erklär schon. Ach, du Schlampe. Ich hol mir das, wenn ich Bock drauf hab. Und nicht, wenn du vor mir kriechen tust. Wichser. Wenn's vorbei will, sprich mir zuerst auszuhelfen. Ich bin doch й'�elerschön. Ich bin doch auch nücheliger. Ich bin doch nicht so schnell. Ich bin doch nicht so schnell. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hau bitte, Scheiß-Kamera. Ich hol mir nur, was mir zusteht. Ich lass das sicher kennen. Das dem Chris gefällt. Das hier... Das ist ... Ja? Hallo? Sabine? Du lebst? Italien? Reggio di Calabria? Du hast es echt weit geschafft. Ich soll kommen? Hallo? Fuck. Ja? 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 Ja?